So, und da sind wir auch wieder beim Megaman X3. Wir sind jetzt kurz vor dem ersten Boss, vor Blizzard Buffalo. Was ist jetzt los? Nein! Nein, ah! Das ist unfair, das zählt nicht. Ich... Ah! Das zählt nicht. Ich will wissen, warum der klein gemacht hat. Oh, Mann. Das war nicht nett. So, der kriegt jetzt erstmal direkt eine Salbe ab. BAMS! Und direkt noch einen. Huh! Oh, 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 oh! Ah! Oh, 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 oh. Ah, komm. Au. Nein, 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 nein. Nein. Uff. Ei, 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 ei. Ei, war das knapp. Bing. Ja, ihr seht jetzt auch eine neue Animation im Sinne von, oh, habt eine neue Waffe bekommen. Du kriegst... Frost Shield. So, Kennwort schenke ich mir auch. Safe State. So, was hilft denn Eis? Das... Die Eiswaffe war ja letztes Mal gut. Gegen wen? Äh, Moment. Gegen wen hat dann Eis das letzte Mal geholfen? Eis gab's nicht. Eis hatte im ersten... Gegen wen hatte denn Eis geholfen? Gegen Strom. Das wäre dann, glaube ich, eher hier, oder? Kann man sich nirgends wo die Namen einblenden lassen? Egal. Ich glaube, das hier war auch wieder Stromfisch. Ach, jetzt erkenne ich doch erst den Buff der Paffel oder da oben. Ähm, ich habe aber keine Lust auf Strom. Ähm. Gehen wir mal... Pfff. Das sieht aus wie ein Tiger. Der sieht nicht nett aus. Der sieht doof aus. Die anderen sehen, wo... Gehen wir mal zu Ihnen. Er sieht nämlich doof aus. Doktor Doppler. David Doppler. Und ich müsste der Double D heißen. Was ist wieder für eine... Tunnel Rhino. Tunnel Rhino. Oh ja, ich sag, der ist froh doof. Pfff. Pfff. Na? Au. Sei artig, danke. Ja, die Dinger, die haben mich schon am letzten Part geärgert. Äh, safe start? Hm. Okay, hier kriege ich ein Herzteil schon mal her. Uh,ここ leh. Und jetzt sind wir die Verabschiedung. Oh ja. Hier. Oh ja, das ist dieser Gerow rum to mást. hier haben wir den ersten tank sehr schön das lässt das ist eigentlich den zwangsweisen schluss zu glaube ich möchte ich gerade kann man das so sagen dass man den ersten level am schnellsten irgendwelche pop-ups findet kann man das so sagen was ich gar nicht so die war nämlich fies wenn man die nämlich gilt hat haben die ihre letzten zwei raketen gestartet so quasi als ehrenschlag egal jetzt habe ich ja volle energie so dass wir da auch wow da kommt man nicht lang so hier gibt es glaube ich inzwischen boss ich bin fünf minuten habe ich noch zirka der boss ist scheiße man muss immer ein bisschen warten weil sonst macht er wandelt dann nämlich seine attacke ab ja man sollte auch versuchen ihn selbst zu treffen und nicht immer wieder gegen vorne gegen seinen panzer zu schiessen er geht auch jetzt gleich mit viel tam tam in die ja wie ein boss geht denn die luft aber er war leider nicht der boss ja sind hast du noch ist belegt ja sowas muss ich mir als während der aufnahme testen wow 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 hallo Okay. So, das hätten wir auch erledigt. Oh, wir sind schon beim Boss. Das klingt gut. Ja, dann werde ich den, glaube ich, noch machen. Oder versuchen. Äh, wir testen direkt mal die Waffe. Nee, die bringt nichts. Wenn der echt nur so geht, dann ist das ja relativ einfach. Aber ich mache trotzdem einen Sicherheits-Safe-State. Man weiß ja nie, was passiert. Boah. Ja, genau das meine ich nämlich. Wieso ist der jetzt in die andere Richtung gefahren? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Sehr schön. Damit wäre das Thema auch erledigt. Damit hätten wir zwei der Great H schon mal erledigt und ein E-Tanker haben wir gesammelt. Bing! So, was bekommen wir denn jetzt? So ein super Zahnarztbohrer vielleicht. You get... Ja, ich sage jetzt Zahnarztbohrer. Tornado-Fan. Yo. Wunderbar. Oh, was passiert jetzt? Doppler. He is the Maverick Hunter. What? He is the Maverick Hunter first failed to catch last time. I had no idea he is so powerful. Bit and bite. Oh, God. Das kommt in derzeit schon wieder. Bloop. Bloop. Hab einen dicken Bauch. Wohlstandsbauch. Bring that Maverick Hunter to me. Alive, if possible. Bit and bite. Affirmative, Dr. Doppler. Aha, Weil ist auch wieder da. Alive, Dr. Doppler. You are so kind. Watch your mouth, or I'll put you back where I found you. Even with your announcements, you're still no match for me. Mysterious Maverick. Thanks for the upgrade, Dr. But I have a squad to settle. And I'll do it my way. Und did it my way. Fine, just make sure you do it. I still can't believe that Maverick Hunter defeated my master twice in the past. Gut, dann wissen wir auch jetzt wieder, wer der Mastermind hinter allem ist. Das ist wohl dieser Computer da im Hintergrund. So, ich danke euch fürs Zuschauen und das war's mit Part 2. Bis zum nächsten Mal. Schleif. Versteh.